...weiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... ...Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jorje, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Verschickt sie! Das hier ist Magen, sie ist mein Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen! Das Minister hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das 30er, Treue oder Zeitlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Ich sage Zeitlinge! Verweiß ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmaleraktion ihn nur behindert! Es hat mich jeden nur als ein bisschen... Widerstand in den Weg geleckt! Es hat der Kunt daran getan, von den anderen anderen Offizieren nicht die Tieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mächten gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheurer Verrat gelübter deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das auch von ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerlach! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, dann dürfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!